Fußball-Talent, das ist Giovanni Zarellas Sohn Gabriel Giovanni Zarella, 46, hält seine Kids bestmöglich aus der Öffentlichkeit heraus. Gemeinsam mit seiner Frau Jana Ina, 47, hat der Moderator einen Sohn namens Gabriel Bruno sowie eine Tochter, deren Name nicht bekannt ist. Mit Gabriel zeigt sich Giovanni jetzt überraschenderweise ganz offen, das Vater-Sohn-Gespann besuchte nämlich das Fußball-Liem-Spiel Deutschland gegen Ungarn. Fotos, die T-Online vorliegen, zeigen die beiden, wie sie im Stadion in Stuttgart auf der Tribüne sitzen und mitfiebern. Doch nicht nur auf der Tribüne kann sich Gabriel für Fußball begeistern. Der 15-Jährige spielt selbst professionell und ist derzeit noch beim FC Victoria Köln Jugend verpflichtet. Das wird sich jedoch bald ändern, auf Instagram verkündete er bereits stolz den Wechsel. Ein Foto zeigt Gabriel, während er bei dem Verein VfB Stuttgart einen Vertrag unterschreibt. Ein Herz aus Gold und die Mentalität eines Löwen. Möge Gott dich auf all deinen Wegen beschützen, mein Junge, kommentiert der stolze Papa Giovanni. Gabriels Eltern Giovanni und Jana Ina sind auch nach 20 Jahren Beziehung noch wie frisch verliebt. Was genau der Kleber ihrer Liebe ist, verrieten die zwei kürzlich gegenüber Bild, ihre Haustiere. Augenhöhe und gegenseitiger Respekt sind unheimlich wichtig. Und dann sind da ja noch unsere Hunde, verriet der einstige Brossistar. Auch seine Liebste konnte ihm da nur zustimmen, natürlich gibt es bei uns auch mal dicke Luft. Allerdings wirklich nur sehr selten. Dann schnappe ich mir die Hunde und gehe mit ihnen Gassi. Giovanni trinkt währenddessen einen Espresso. Danach ist unsere Welt dann auch wieder in Ordnung. Und dann schnappe ich mir her own.